Ich geh jetzt aber auf jeden Fall nochmal zurück nach Mistmund, weil ich hab gerne Mist im Mund. Junge, ich sterbe gleich, ich sterbe! Scheiße, oh yeah! Scheiße, wieso mach ich das eigentlich? Wieso hätt sich drei Gegner gleichzeitig auf mich auf? Das ist doch dumm. Vor allem wenn die jetzt, und jetzt geh ich in so einen engen Gang rein, wo die mich komplett penetrieren. Nein! So, wo ist meine Seele? Mein Geld wieder haben. Ertappst du dich dabei, dass du viel Geo liegen lässt, wenn du durch die Höhlen eilst? Diese Talisman sorgt dafür, dass das ganze lose Kleinod seinen Weg zu dir findet. Das könnte ich halt auch gebrauchen, ne? Komm, ich nehm das mal. Ach ja, was hab ich eigentlich auf der Bank liegen? Mein Kontostand ist 200, Leute. Ich hab 200 auf der Bank. Ich bin richtig reich in dem Game, oder? Wann ist denn das Symbol hier? Ich denk, das wurde markiert. Da müssen wir hin. Wann passiert hier nix? Es ist doch markiert. Hier sind drei Symbole. Vorne drauf. Eins mit so sechs Ecken. Eins mit einem. Und eins mit vier. Das könnten Augen sein. Das könnten Köpfe sein. Und das könnten Augen sein, was da drauf ist. Und das könnten zufälligerweise genau die gleichen sein, die hier auf der Karte sind. Das hier ist das mit einem Auge. Das ist das mit vier Augen. Und dann ist hier irgendwo noch das Vieh mit sechs Augen. Ich finde es nicht. Hab ich das schon besiegt? Na, hier unten. Das ist ganz weit hier unten. Also ich vermute, weil wir müssen die drei Dinge erst einsammeln. Dann können wir hierher zurückkommen. So, zu dem kleinen Timmy hier. Der hier immer noch in... Er ist nicht mehr... Er ist nicht mehr am Ackern. Er hat wohl die Motivation verloren. Aber was wir jetzt können, ist hier eine Stampfattacke machen. Warte mal. Ist das nicht einfach nur ein Weg da runter, wo wir eh schon waren? Da oben war was. Da war ein Geheimnis. Da muss ich nochmal hin. Ich bin mir ziemlich sicher, da war ein Geheimnis. Auf dieser Seite hier. Was bist du denn? Ich hab ein ranziges Ei gefunden. Geil. Ich hab ein ranziges Ei. Das ist alles für ein ranziges Ei? Wirklich? Nur ein ranziges Ei? Sind wir jetzt wirklich schon wieder an einem Punkt angekommen, wo ich nicht weiß, wo es weitergeht? Wir haben hier unten das Gebiet. Das ist aber sehr gefährlich. Da könnten wir aber weitergehen. Wie schwer kann hier das Gebiet schon sein? Diesen Gegner hasse ich. Furchtbar. Scheiß Asseln. Was bist du denn für einer? Den hab ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist hier bei einer Sackgasse. Ey, das ist so ein Labyrinth hier mal wieder. Wieso ist hier eigentlich alles immer ein Labyrinth in diesem Spiel? Wie komm ich auf die andere Seite? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich war und wo noch nicht. Ich hab komplett die Orientierung verloren. Hier kommen wir auf jeden Fall noch hoch. Oh Gott. Nehme ich mal in Ruhe lassen? Es ist saugruselig hier. Das sind Zacken. Mama? Wo kommst du denn auf einmal her? Das ist schon mal schlimmer. Ich will nie mehr. Ich will nie raus. Die können ja sogar an Wänden hochlaufen, hab ich gerade gesehen. Diese blöden Kelleröffeln hier. Die sind sehr aggressiv, muss ich sagen. Ich mag nicht mehr. Ey, aber Respekt an das Sounddesign. Das ist echt geil. Das Sounddesign ist echt nice hier. Das ist genau so eklig und unangenehm, wie es sein soll. Ich will die eigentlich mal anspringen. Was ist das hier? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es ekelhaft ist. Oh Junge, hier ist ja richtig viel los. Der ärgert. Ich hasse diese Gegner. Wirklich, das sind meine neuen Hassgegner. Vor allem kommen die hier unbegrenzt neu, wie es aussieht. Die spawnen einfach aus dem Nichts. Hilfe, es werden immer mehr. Ich will hier raus. Diese Asseln. Ist dann jetzt auch mal gut, bitte? Junge, diese Gegner. Die Orientierung wird immer besser hier. Absolut kein Plan, wo ich bin. Komme ich von hier? Geht's hier weiter? Oh nein, da kommen schon wieder ganz viele von denen. Was ist das denn? In was sind wir denn hier reingeplatzt? Ich wollte ihn nicht stören. Was macht ihr hier für eine Zeremonie? Gut, ich habe euch jetzt alle abgeschlachtet. Oh, strahlendes Wesen. Wir sind gesegnet. Deine Strahlen berühren uns. Deine Wärme erfüllt uns. Und ich habe die jetzt alle umgebracht. Heilandsnächstes Wiedergeboren. Feind in deinem gleißenden Abbild. Oh. Ganz schön nervig, das Vieh. Doa. Okay. Scheiße. Wie ich diese Passage hier achte. Kann es nicht sein, dass ich jetzt wieder hier unten bin. Und dann ist hier nicht mal was. Doch, hier kann man was aufschlagen. Ist das jetzt eine Abkürzung zur Pilzöde? Oha, das ist eine Ecke, wo ich noch nie war in der Pilzöde. Da muss ich unbedingt noch vorbeischauen bei dem Alten. Um das ganze Cash einzukassieren für die geretteten Raupen. Was ist das jetzt hier noch alles? Ja, warte mal. Hier kann ich doch schon lang, oder nicht? Ja, lol. Jetzt bin ich im bekannten Gebiet. Deswegen werde ich mir jetzt einen Platz suchen, wo man speichern kann. Erstmal werde ich aus diesem scheiß Gebiet hier raus. Nein. Ich hätte besser oben bleiben sollen. Hier raus. Aber was bringt mir dieser Raum hier? Das ist ja komplett useless, die Tante. Ja, Galakma. Scheiße, ich bin schon wieder hier runtergefallen. Ah. Du wirst jetzt noch mal hier rüberkommen. Scheiße. Nein, 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 nein. Das ist auf jeden Fall kein guter Ort, um aufzuhören. Hier weit muss ich gehen. Wo bin ich eigentlich? Ich bin bei der Wegkreuzung. Ich bin hier. Und ich habe da meine Seele verloren. Wir haben sie seit 100 Jahren nicht mehr gespeichert. Ah, ich bin wieder gefunden. Ganz ohne Navi. Scheiße. Aber wenigstens kommt die Seele jetzt hier hin. Dann kann ich sie hier einsammeln. Perfekt. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen wieder zurück. Zur Bank. Oder wir sterben einfach nochmal, damit wir den ganzen Weg nochmal laufen können. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ah. Okay. Da ist sie doch schon. Perfekt. So. Lass sie gleich nochmal hier sterben. Mit sterben bin ich für heute durch. Ich will es einfach nur noch gemütlich auf die Bank setzen. Und Feierabend haben. Das Monster killen ist nämlich ganz schön anstrengend auf Dauer. So. Und damit sind wir für heute durch. 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 Und damit sind wir für heute. Bis zum nächsten Mal.